Herzlich Willkommen zum Spiel James Bond Bloodstone, mein Name ist Steffen, mein Channel Name ist All Games Around. Ja, ich teste das, ich hatte es gerade schon mal versucht, aber durch die Aufnahme huckelt das Spiel extrem und ich hoffe, das macht auch nicht so viel aus, das heißt, huckelt, aber ich denke mal einen ersten Einblick in das Spiel könntet ihr schon haben dadurch. Okay, hier ist auch schon der Erste. Zack, tot ist er. So, bis jetzt läuft das Spiel noch kühl frei. Also ich überspringe jetzt auch die Szene, damit ich das schaffe. Hier sieht man schon die Bomben. Der ich heute. Verstehst du, die sagen, dass es der Moment ist, bis der ein. Was soll das? Wo ist mein Helikopter? Hier war jetzt die Kampfszene. Mein Gott, ey. Der James Bond kann aber auch nichts hier. Oh mein Gott, was ist das Schießerei hier? Wirklich ein bisschen in Frieden. Würde ich sagen, aber ich wachs nicht. Dieses Ziel ist einfach zu groß. Bäh. Der beste russische Name ist immer noch Serge. Ach, geil. Greco, ein Helikopter! Verstöre dieses Boot! Verstanden. Helikopter kommt. Ach du mein, der Turmbassart ist gerade neu gebaut. Geht. 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 Er ist noch hinter uns! Du es erfassst! Verstanden! Ziel erfasst! Tötet ihn! Jetzt! Der Kurs! Der Kurs! Der Kurs! Der Kurs! Lalloch! Alle, Dicke! Untertitelung des ZDF, 2020 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 So eine Scheiße gibt es nicht. So, das rächt mich total auf. Ich kann jeden Wagen wegschleudern, den ich will. Kommt mir ein LKW entgegen, dann heißt es nicht mehr wegschleudern. M, wie viel Zeit haben wir? Nicht viel. Die Staatsoberhäupter werden gleich fotografiert. So, gut. Ich bin zumindest weiter als gerade. Falls ich hier jetzt verkacken war, sage ich euch dann tschüss, aber bis jetzt sieht es gut aus. Yo, das ist eine Rampung. Ich sage jetzt für die Leute, die nicht so kürzen... Wusstet ihr, dass es ein Feuerwerk geben wird? Ganz ehrlich, ja. Wissen Sie das? Ja. Ich meine, ich stinkte. Na, auf jeden Fall, denke ich mal, sage ich hier schon mal ciao. Das war jetzt die Mission 1, also die erste Mission der Vollversion und ich sage jetzt mal tschüss. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Abonniert meinen Kanal. Schreibt mir Kommentare zu den Videos. Schaut auch meine anderen Kommentare... Äh, meine Videos. Sag ich schon Kommentare. Besucht doch mal meine Website, www.allgamesaround.gimdo.com Dort findet ihr auch den Quack für das Spiel. Den Link werde ich auch nochmal unten reinsetzen, den direkten Download-Link. Ja, und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, mir zuzusehen. Bis die Tage irgendwann, wenn ich wieder ein Spiel teste. Ciao.